Hallo, ich bin Julian und ich unterrichte Gitarre und E-Gitarre. Wie schaut die Gitarre aus? Ach, das war Quatsch. Ich zeige euch, wie man richtig E-Gitarre spielt. Aber ich kann andere Sachen machen. Ich kann bügeln, kochen, stricken und klassische Gitarre spielen. Musik A partir de los 6 años de edad, puedes matricularte en la Escuela de Música y tomar clases conmigo. A partir de los 6 años de edad, puedes matricularte en la Escuela de Música y tomar clases conmigo. Kdos, 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 Kdos Kdos, 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 K, Kdos. Musik Untertitelung des ZDF, 2020